Yo Leute, hier ist wieder euer Eierkopf und heute gibt es ein richtig krasses Video. Wir haben heute den 31.10. Wir werden heute eine Nacht heimlich im Kinderspielland verbringen. Ja komm mit! Heute war eine richtig krasse Party hier und Anton, alter vorsichtig, Anton warte mal. Anton, warte, 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 bleib mal stehen, bleib mal stehen, bevor du reinrennst. Wir müssen echt aufpassen, du siehst, hier ist alles voll mit Nebel, es ist niemand mehr da. Ja lass mal rein! Und wir werden jetzt richtig K*** bauen, okay? Aber vorsichtig! Oh mein Gott, Freunde, guck das mal an! Lass erst mal auf die Trampoline! Alter, es ist übel krass. Ey, aber Anton, warte mal, stopp, stopp, stopp! Ich habe gehört, angeblich, das haben mir einige Zuschauer geschrieben, soll ihr heute schon den ganzen Tag ein Horrorclown rumgelaufen sein. Deswegen müssen wir uns in Acht nehmen und schau mal da. Alter, wie gruselig ist das denn da? Hau den mal, mach den mal weg! Alter, vorsichtig! Oh mein Gott! Freunde, abonniert auf jeden Fall den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da. Geh weg, du dumm Kopf! Okay, Anton, wir müssen hier aber weg, hier ist es zu gruselig. Komm mal mit, komm mal mit! Lass mich auf Trampoline! Aber wir dürfen nicht zu laut sein, Freunde! Und ganz, ganz wichtig, ich weiß noch nicht, wann dieses Video hier online kommt, aber kauft euch den Merch 1.11.14 Uhr, nicht hinfallen! Auf clashgames.shop kannst du backflip? Oh mein Gott, Alter, alle mal in die Kommentare, Anton ist der krasseste! Oh mein Gott! Zeig dir mal, ich kann das auch! Nein! Ne, ich glaube, ich kann das überhaupt nicht, pass mal auf! Nein! Hi! Alter, das hat man gut gemacht! War krass, oder? Ja! 1, 2, 3! Oh mein Gott, Alter! Schreibt alle in die Kommentare, Anton ist ultra krass! Okay, Anton, auf geht's! Wir müssen wirklich leise sein! Und kommt alle mal Abenteuerland Bremen! Genau, kommt hier alle mal vorbei, Bremen Abenteuerland! Hier ist ultra krass, aber wir dürfen nicht zu laut sein, weil wir wollen nicht, dass der Horrorclown uns erwischt! Also angeblich soll er schon gegangen sein, aber wir sind hier nach Öffnungszeiten! Ich hab richtig Angst! Wir sind auch die Einzigen hier, ist dir schon aufgefallen? Ja! Ich hab geguckt, dass die Tür noch auf ist und dann sind wir jetzt ganz schnell reingelaufen! Ich hab richtig Angst! Guck mal oben auf dem Berg! Schaffst du das? Ja, easy! Oh mein Gott! Anton ist oben! Kevin, komm auch! Bruder, ich kann das nicht, ich bin zu doof dafür! Halt mal Ausschau! Ist da irgendwo einer? Hä? Wo ist Anton denn? Anton, alles okay? Du darfst nicht so viel Lärm machen! Anton, stopp! Anton! Horrorclown! Komm und spiel mit uns! Alter, Anton, du bist geisteskrank dumm! Der kommt gleich, der holt uns! Ha, ha, ha! Komm mal runter, schnell! Aber ich hab Angst jetzt! Mach so einen Knieslide wieder! Lass uns mal oben in der Mitte gucken! Rutsch die Gelbe, wenn du cool bist! Okay, mach ich! Oh mein Gott, die da! Anton, die trau ich mich nicht! Ich kann auch mit Knien! Was? Mach, warte, mach du zuerst, ich stell mich hier hin! Oh mein Gott! Jetzt bist du, ich heil Kamera! Ich probier mal, ob ich da so hochkomme! Das ist unmöglich! Hab ich schon probieren! Sag, Walla ist unmöglich! Walla! Okay, komm mit, ich zeig dir, wie das geht! Komm mal mit! Ich bin ja groß! Aber du hast auch Schuhe an! Guck! Ja, ich bin aber groß! Nicht nachmachen! Mit Schuhen, Freunde, dürft ihr hier nicht rauf! Das dürfen nur wir! Ja, weil hier ist ja niemand mehr! Walla erst! Schuhe! Und jetzt rutsch, wenn du krass bist! Wuhu! Oh, Kevin! Alter, das war krass, Digga! Okay! Aber pssch! Nicht so laut Horrorclown! Lass uns mal da gucken! Hol mal ein Auto! Wir müssen den umfahren, wenn der kommt! Aber Anton, vorsichtig, hier ist dunkel! Nimm auch so eins! Nimm auch so einen! Welchen nehm ich denn? Der ist auch einer! Ich nehm den! Anton, vorsichtig! Anton! Lass mich nicht! Anton hat mich alleine gelassen! Oh mein Gott! Ey, wir dürfen uns niemals tränen! Anton! Nein! Anton, was ist passiert? Die Kurve war zu scharf! Oh mein Gott! Ist alles okay bei dir? Ja! Alter! Alter, Anton sieht da vorne diesen Nebel! Lass mal hin! Ey, lass mal da reinfahren mit dem Auto! Das ist verboten! Anton, warum sind wir jetzt hier? Lass mal gucken, ob noch Autos draußen sind! Boah, Alter! Das war in dem Gesicht jetzt! Anton, vorsichtig! Stopp, stopp, stopp! Warte, warte, warte! Das kann sein! Der Horrorclown muss ja von irgendwo reinkommen! Ich guck einfach! Egal! Vielleicht von Toiletten! Ist nur noch mein Auto da? Ja! Komm wieder rein! Komm wieder rein! Lass mich da zurück! Okay, wir gehen wieder zurück! Alles okay? Ja! Warte, bleib mal stehen! Stopp! Anton, komm mal her! Komm mal her! Siehst du, was da vorne ist? Kevin! Du prängst mich! Wie? Ich war doch gerade mit dir draußen! Warte mal kurz auf mich! Stopp, Anton! Geh nicht alleine vor! Wo ist mein Motorrad? Da kann ich die umfahren! Okay, warte, warte, warte! Anton, das ist jetzt eine ernste Situation hier! Steh mal auf! Ich mach mal ab, vielleicht steht da was! Digga, der Ballon war da gerade eben noch nicht, oder? Lass ihn mal da, nachher ist der verflucht oder so! Egal, ich will das wissen jetzt! Anton, ich hab übel Angst! Sei vorsichtig! Guck mal, ich will da auf gucken, steht was! Steht da irgendwas drauf? Weil du weißt, weißt du was ein Ballon bedeutet? Hä? Ein Ballon heißt, dass einer heute hier, der ist verschwunden! Ein, einer, der hier war heute! Jeder Ballon, der so auftaucht, heißt, einer ist verschwunden! Okay, das sind Milliarde Ballons! Aber die müssen rot sein! Komm mal hier lang! Anton, komm mal hier lang! Lass uns mal nochmal gucken, vielleicht finden wir noch einen! Oh, Alter! Digga, da vorne ist noch einer! Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Warte, stopp, nicht anfassen! Nicht anfassen! Stopp! Doch! Nicht anfassen! Vorsichtig! Nein! Einfach ab damit! Anton, da ist einfach noch ein Ballon! Hast du gar keine Angst? Nein! Das heißt, dass noch einer verschwunden ist? Komm, wir rennen wieder dahin! Freunde, Anton ist verrückt! Nein! Nein! Der Ballon! Ja, geil! Warte, ich mache ihm was! Anton, ich komme nicht an! Ich hole ihn! Alter, Anton, er ist da oben! Da ist einer für verschwunden! Anton? Ja! Bist du noch da? Ja! Nein! Wo ist er? Genau da! Warte, ich brauche einen Stuhl, dann komme ich an! Freunde, ich nehme mir jetzt hier so eine Bank mit! Ich gucke erst mal, ob ich da ankomme! Du kommst da nicht an! Vorsichtig! Du kommst da nicht im Leben an! Ich hole den Ballon wieder! Weil wir müssen gucken, ob da was auf dem Ballon draufsteht! Ja! Spring! Ab ihn! Du bist zwei oder vier Meter groß! Alter, Kevin, da steht was drauf! Lies mal vor! Einen müsst ihr noch finden! Ich suche euch! Hä? Der Clown! Digga, ist das für ein Horrorclown? Mach den mal irgendwo fest! Mach den hier an der Bank nochmal fest! Knoten den da mal rum! Digga, ist der Horrorclown hinter uns her! Scheiße! Kevin, ich will nicht gefangen werden! Anton, wir müssen wirklich aufpassen! Ich habe das Gefühl, der sitzt irgendwo über uns! Glaubst du? Lass uns gleich mal hier drin! Wir müssen ja hier drin, haben wir noch gar nicht geguckt! Warum guckst du so? Ist ja irgendwas hinter mir! Kevin! Wir haben doch nicht geguckt, wo oben ist! Aber Anton, lass mich nicht alleine! Anton, wo bist du hin? Anton, vorsichtig! Es ist total dunkel da hinten! Anton, redest du noch mit mir? Ja! Okay, ist hier unten irgendwas? Oh, mein Rücken! Anton, was hast du gemacht? Hast du was gehört? Kevin? Was denn? Da hängt ein Ballon! Alter! Schnell hin! Anton, wir müssen da hin! Ich gehe vor! Okay, okay! Oh, mein Gott! Da ist einfach... Digga, da ist einfach... Einfach ein Ballon! Oh, mein Gott! Anton, vorsichtig! Okay, jetzt! Ich bin nicht so schnell! Aber stopp! Anton, nicht alleine gehen! Vorsichtig, vorsichtig! Lass mich vorgehen! Ich bin erwachsen! Egal! Wenn der mich kriegt, dann ist nicht so schlimm! Alter! Steht da was drauf? Steht da was drauf? Guck mal! Zieh die mal ab! Tritt ihn mal! Ey, Anton! Ja, da steht gar nichts drauf! Da steht aber gerade gar nichts drauf! Hä? Digga, WTF? Vollkomm... Anton! Das liegt der... Digga, was ist das? Kevin! Anton, das ist der Horrorclown! Komm weg! Komm weg! Ah! Da! Aufstehen! Digga, ich bin voll hingefallen! Kommt der? Ja, er kommt! Anton, komm! Ah! Ah! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Anton, wo verstecken wir uns am besten? Hast du eine Idee? Ey, wir laufen doch wieder in seine Richtung! Anton, wir müssen in die Mitte rein! Anton, wo ist der? Lass mal hinter den gehen! Nein, lass da... Können wir den von oben beobachten? Komm, du gehst vor! Anton, wir müssen hoch! Ja! Lauf vor! Ich kann wieder hoch! Ich weiß nicht, wo ich lang muss! Kevin, wir müssen zusammenbleiben! Weil wenn er hier drin ist... Digga, er darf uns... Wenn er hier drin ist, dann haben wir verloren! Anton, wo ist der eigentlich? Ich hab euch gesehen! Digga! Kevin! Alter, Anton! Wir müssen weg! Ah! Wir müssen weg! Wir müssen hier laufen! Ich bin da! Scheiße! Digga! Er hat uns! Was machen wir jetzt? Kevin, ich hab ne Idee! Komm mit! Was machen wir jetzt? Digga, er ist genau da unten! Er weiß doch, dass wir hier sind! Kevin! Weißt du, dass wir hier sind? Was machen wir jetzt? Ich bin da unten! Ich bin da unten! Ich bin da unten! Oh Gott! Anton, lass mich nicht alleine! Boah! Ey, Kevin! Der ist ja auf der anderen Seite! Lass zum Ausgang! Vorsichtig! Anton, warte mal! Was, wenn der genau das will, dass wir zum Ausgang gehen? Macht er eh nicht, Kevin! Vertrau mir! Okay, soll ich vorgehen? Warte, Anton, lass mich vorgehen! Der ist über den Nebel! Der Nebel war doch gerade eben noch nicht! Anton! Haha! Nein! 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 Anton! So, Freunde, natürlich alles nur Spaß beiseite! Der gute Henry, also Antons großer Bruder, war heute der Horrorclown und musste uns jagen! Und du hast es sogar geschafft! Hast du sehr gut gemacht! Hattest du Angst, Anton? Ja! Okay, Freunde, schaut beim Abenteuerland vorbei und ciao! Tschüss! 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 Tschüss!